Herzlich Willkommen bei einem neuen Video hier vom Kanal Bargolz bezahlen. Ich war hier gerade beim Banker Henker. Kennt ihr noch Henker? Das ist eine Regionalbäckerei. Hier, hier, hier auf Schlefeld. Und da wollte ich kurz mit der Maizo-Karte bezahlen, mit der IC-Karte. Mit der Deppelkarte natürlich. Und dann, und dann gab es, und dann wollte ich das bezahlen. Dann haben wir vorgehalten. Erstmal so ein bisschen Massaker zu sein. Hat natürlich nicht funktioniert. Also bitte, bitte so Karte einstecken. Habe ich erst mit der Maestro versucht. Und dann sind sie ein Fehler, kontaktlos. Und dann habe ich sie dann eingesteckt. Und dann natürlich, da bin ich zur ersten Diskussion. Also so eine Visa-Karte, da die ja so einen Magnetstreifen hat. Nein, 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 das ist Maestro. Und dann, ja, Maestro ist auch nicht so eine Karte. Ja, nein, was ich meine, ist ja so ein Master-Karte. War okay. Aber wir wollen dann so ein Gesteck besuchen. Und dann hat sie dann auch nicht geklappt. Und das war's auch hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Schön.